So, wo sind unsere Helfer aus dem 2G Monified-Finale? Wer macht für Micha? Okay, macht den David. Für den Patrick? Macht den Götz? Für den Sven? Pascal. Für den Moritz? Ah, okay. Für den Aron? Ja, ja, ich weiß. Ich hab ihm gesagt, er soll jemanden sterben. Für den Christian? Der ist da. Für den Michael? Für den Wieland. Für den Michael? Für den Raphael? Für den Florian? Ja. Florian? Ja. Florian? 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 Sitze jetzt auf deinen Arsch, Mensch. Sehr ruhig. Genau heute klappt. Ruhig. 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 Und da. Erika? Erich? Sicher, vorne von. Alles klar. Und doch wenigstens noch bis zum Enddurchfang. Also. Achtung Helfer! Achtung Fahrer! Innerhalb der nächsten Sekunden. Start! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.